Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Ihnen was sagen? Ich möchte Ihnen ein Kompliment sagen. Ihr seht super aus miteinander. Ich habe eine Frage. Ich bin Streetstyle-Fotograf. Ich habe einen TikTok-Vlog, wo ich Menschen auf der Straße spreche. Darf ich ein Bit von euch machen zusammen? Also ich finde, ihr seht sehr schön aus miteinander. Eine schickst du mir hier. Eine auch, diese Fotos auch. Ja, auf jeden Fall. Danach schicke ich euch die Bilder. Ihr dürft die haben. Ja, ja, gerne. Ja? Ich zeige direkt. Wie hast du einen Follower? Ja, ich zeige dir jetzt meine. Darf ich schreiben? Ja, ja, Moment. Äh, diese Fotos. Auf jeden Fall. Ja, pass mich. Ich werde aufzeigen. Ich werde vorschlagen, ihr stellt euch zusammen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück in demnächst. Einfach zusammen. So, jetzt. Eins, zwei, drei. All right. Ahoy. Ja, kommen jetzt.